so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal ich habe mir gedacht machen wir ein bisschen gaudi auf teamspeak ja ich suche hier gerade einen server raus mw3 weil da sind immer die kleinen kinder die man ärgern kann gehen wir mal in den elite clan nickname server passwort vom public server public server mw3 public server tss so ähm hier gucken wir mal ich will doch nur ein server brauchst du nicht diese ganzen romanen hier hier so sind die server 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 feature ok ähm ich hoffe es geht's hat mich chamele genannt haben mich chamele genannt ja kein server warum ist hier kein server ich brauche eine kalle ja verbindung zum server ja ist bleib aber was will ich machen ich brauche ein public server ich brauche ein team ok dann halt kein mw3 er wäre halt am lustigsten gewesen speak3 äh ne 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 äh pub ah komm ich kann so echt nicht schreiben ich habe das hier auf mich liegen im laptop ziemlich nicht team biederfelder nein hier ds3 public server community forums wieso support ich wollte doch gar keinen support äh hier komm wo steht hier irgendwas nee komm jetzt hier 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 ist die server alles gut schon wieder hier ah scheiße 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 was sind das alles public server keine ahnung hier nehmen wir den ab starten komm komm war gucken ja 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 scheiße ne ne ja ne 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 ist ne 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 Hoffentlich komme ich da rein. Komm, komm, was ist denn das? Ich brauche einen Public Server. Äh... Ja. Public Server, German. Hier müsste ich eigentlich reinkommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Public Server, ähm, die haben sich alle gemutet. Erste Lobby, hier gehen wir rein. Error, oh nee, da komme ich nicht rein hier. Hallo. Was? Hallo, können du mich erinnern? Hallo. Hallo, verstehen du mich? Ja. Warum haben du schlechte Ohren? Hast du heute Morgen nicht geputzt? Doch. Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja. Warum bist du so gelangweilt? Boah, ich habe mich zu tun. Oh, das ist nicht gut. Was? Ich habe eine kleine Geschichte, was ich immer erzähle, um Leute munter zu machen. Ja, erzähl. Ja, erzähl. Warte, du kurz. Ich muss noch kurz was erledigen. Okay, noch eine neue. Ja. Ja. Armin, halt die Fresse. Armin, halt die Fresse. Er ist verpissig, Armin. Ich glaube, gleich spricht der Banner, Mann. Banner, was ist das? Was ist das? Hammer, ein großer Hälft, wie für ein Jahr. Haben du einen großen Hammer? Ja, einen sehr großen, zwei große. Ja, ihr seid eine Schwucht, ey. Haben du zwei Hammer angeklebt? Nein. Haben ich ihn jetzt verjagt? Nein. Was ist das, ich schreibe? Sag ihnen, er soll wieder hier reinkommen, bitte. Hallo. Seien du Patrick. Patrick. Haben du sehr viele Aschhaare, du hörst nicht so an. Ja, hallo. Hi. Annofuch. Wieso nennen du dich Annofuch? Hat dich eine Bedeitung? Hallo, Annofuch. Wer bist du? Annofuch. Bist du nicht da? Ich wollte mit dir reden. Warum warte ich auf eine Antwort? Hallo. Hallo, Annofuch. Ja, Paul. Ich glaube, du sei eine Schwucht, ey. Annofuch. Ja, ist klar. Annofuch, hatten du eine gute Kindheit? Mit so einem Namen haben wir bei mir in den Land einmal ausgelacht. So einen Namen kannst du nicht haben. Annofuch, oh mein Gott. Du wohnt, du wohnt, Polen oder Tschechien? Nein, ich wohne in Deutschland. Siehst du doch, oder nicht? Ja, ist klar. Echt, Annofuch. Kack, Tschechien, ey. Verzieh dein Land. Verzieh dein Land, ey. Das sind diese nicht integrierten Ausländer. Machen einen immer auf. Ja, 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 ich bin Annofuch. Ich bin Annofuch. Aber können nicht sich unterhalten mit Annofuch. Er verstehe nicht. Er verstehe einfach nicht. Ich weiß nichts, wieso, aber... Ja, ich weiß nichts, wieso. Weißt du nicht? Ja, ja. Haben du eine große Penis, Annofuch? Wie ist er auf unser TS gekommen? Gute Frage, es kommt einfach rein, reden wir von mir. Also, ich übersetze es auf deine Sprache. Wo du TS kommst? Bedeutet, dass du hast eine kleine Penis. Annofuch. Das ist hier kein Sitz. Das ist hier kein Sitz. Das ist gut. Das ist dann Antofuch, nicht Annofuch. Doppel, frag mich bitte nicht. Also, Antofuch. Anto, ist besser, ey. Müsst du nicht mehr darauf achten, dass ich richtig ausspreche in deinem Namen, Antofuch. Wie alt bist du, Antofuch? Ich merke schon. Das war nicht die Frage. Ich brauche eine Antwort auf meine Frage. Ich habe ihn gefragt, wie alt seid du, Antofuch. Hättest du was gefragt? Nein, Momentan. Anto, Anto. Soll ich abkürzen, darf ich? Hallo, Antofuch. Antofuch. Ich habe von dir Fressen, du Tschecher, Alter. Der hat doch nicht die Frage. Wieso steigern du dich gerade so? Ich frage dich ganz normal. Ich teigere warum, Alter. Seid du jetzt beleidigt? Ja, kommt dir gleich zur Tschechbildung und steck in dir den Arsch. Wollen du jetzt Arsch ficken oder was ist los mit dir? Ich glaube, du seist schwul. Ich wurde gekickt. Ja. Ja, halt rein.